hallo und herzlich willkommen zurück zu minecraft monsters so ich habe jetzt was zu klicken geholt kleine pause gemacht und jetzt spielen wir weiter denn es sind ja immer noch osterferien und ich habe mir gesagt ich nehme immer pro tag eine folge auf und wir haben jetzt 25 folgen und heute ist der letzte ferientag also da war mein erstreben nach folgen nicht so wie es sein sollte ich glaube das fleisch und das zeug tue ich mal hier ein muss ich oben noch was brennen dann kommt das quecksilber da ist es da rein die eier kommen hier ein federn auch das gras auch zum fleisch natürlich auch so quad stone sachen auch pilze das baue ich noch nicht die tree trap kommt wieder hierhin so das konfekt das wird da rein gesteckt das kommt in den extractor genau ich wollte mir mal kurz noch rubber boots bauen warum keine ahnung aber ich glaube ich habe meine ganze wolle verbrannte idiot na wolle nein ja habe ich super mein gott ich bin richtig richtig geil auf jeden fall brauche ich clay eigentlich so viel naja je nachdem was ich machen möchte ja okay ich habe meine wolf komplett verbrannt schade ender perle kann auch da rein brauch ich im moment nicht so und der zinn kommt weg das läuft 24 stück so oder habe ich hier die wolle drinnen nein gut silber zinn ups lazuli solfa ah solfa kann da noch rein genau so ihr seid fertig schön ne so laufe ich jetzt eigentlich wegen dem einen da hin äh das wird so langsam fertig sein das ist jetzt auch fertig naja 24 salfa das ist schon was das ist auch fertig so 2 raw chicken ich würde sagen einen power upgrade kann ich noch nach da legen dann geht das ganze da etwas schneller und hier auch so die sachen kann ich auch weg legen und äh ja dann war es das auch hier was ich mich überhaupt noch hier hält denn ich wollte eigentlich vier hunger ja okay das geht gut eigentlich in den sumpf so dafür nehme ich mir schaufel und sowas mit die pfeile jetzt wird das ganze noch etwas sortiert so kann auch da hin und ich habe alles aufgeladen jetzt laufe ich nochmal hinten zu auf schneller einem gewissen ort namens kleine stadt ne und von da aus ging es in die richtung über den berg des grauens hm vielleicht könnte ich die render distance noch was hoch stellen jetzt sieht man das auch besser da vorne war es etwa es sind so viele monster in diesem berg weil es einfach nur da extrem dunkel ist hier ist mein startpunkt gewesen genau hier damals habe ich mir gedacht die bonus chest bringt viel aber es tut sie irgendwie nicht flieg über das eisbio lauf und lass dich auf gar keinem Fall abschießen okay da sind auch noch ein paar okay es sieht hier aus als wäre es alles abgestorben ja schön ja das hier müsste ein sumpf sein soweit ich das sehen kann oder das müsste doch ein sumpf sein oder ist es kein sumpf da vorne erst mal was ist das muss doch ein sumpf sein was ist es denn dann wenn es kein sumpf ist ist es Hmm. Wir haben hier einen Sumpf, aber keinen einzigen Slime. Super. Oder ist das hier kein Sumpf, also in dieser Mod, in Monsters? Ich weiß es nicht. Pff, da vorne ist ein Hexenhaus, oder? Das müsste ein Hexenhaus sein. Ah, wo ist die Hexe hin? So, jetzt bekomme ich langsam Gänsehaut. Einen Kolden kann ich mitnehmen. Crafting Table. Wo ist die Hexe? Vor allem, wo sind die ganzen... Clay brauche ich nicht mehr. Wo sind die ganzen... Da sind wieder die ganzen Kühe. Da ist wieder ein Schlaraffenland, aber... Verdammt nochmal, wo... Müsste ja eigentlich nur dem Wasser folgen. Irgendwann... Mal sehen, wie das aussieht. Schon irgendwie geil. Da ist eine Kuh gefangen. Rainbow Leaf. Oh mein Gott. Huh. Cool. Das ist mal cool. Das ist mal cool. Wo gibt es hier Slimes? Müsste ich einen Slime-Spawner bauen? Das wäre eine Idee, aber die...